Attraktiv, das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Brulett, dem Haus Predestau. Na, Samau! Es ist Donnerswoch, hier ist Attraktiv, das Star-Magazin. Mein Name ist Jessica Parker, hallo. Ich war neulich auf so eine Gala eingeladen und da habe ich mir gedacht, ich zauber mir mein leicht starkes Abend-Make-up mal selbst aufs Gesicht, aber bei den Lippen bin ich dann doch gescheitert. Also bin ich schnell zu der Barbara im Salon Nonsens vorbei, die hatte eh gerade nichts zu tun. Ich brauche denn die Hilfe, ich brauche denn die Hilfe. Komm mal dazu, das ist hier ein Pröbchen, das musst du mal probieren. Leck mal. Ist das ein herrliches Pröbchen, habe ich mir bestellt. Lecker. 50% Alkohol. Lecker. Leckerchen, wie so ein kleines Schnäpschen, ich tröste ganz gerne mal. Also, was kann ich für dich tun? Oh, du bist aber auch ganz schön. Wo ist deine Lippe hin? Barbara, ich habe ein Problem. Und zwar, ich bin heute auf eine Veranstaltung eingeladen, und zwar eine Abendveranstaltung. Und ich dachte mir jetzt, dass ich, hör mir nochmal bitte zu. Ich hör doch zu. Und ich dachte mir jetzt, dass ich schon obenrum mal einfach ein bisschen dicker tage, weil so Licht schmückt ja auch total viel Make-up. Aber meine Lippen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nein, man kann gar nichts sehen. Ach so, ja, das ist mein Problem. Das ist dein Problem, richtig. Das ist mein Problem, ich brauche mehr Lippe. Sag nichts. Und da habe ich, Moment, da habe ich aber extra, habe ich extra mein Haar zurückgespannt und so ein Süßes habe ich schon oben da oben gewunden, damit du halt besser auch arbeiten kannst. Genau, lass uns das doch mit einer Sache verbinden. Ich muss nämlich immer noch ein kleines Beauty-Hall machen und ein Unboxing mit First Impressions. Oder kannst du mir vielleicht helfen? Eine Lippenpumpe. Und schau mal, wie schön das schon eingepackt ist, meine Liebe. Das kommt in dieser wunderschönen, ich weiß nicht, schönen Geschenkverpackung. Und ich denke auch immer schon wieder an Weihnachten. Schönes Material. Das ist ein ganz hochwertiges Material. Und so kommt das zu dir nach Hause und dann liegt hier drin, wie so ein kleiner Artefakt, möchte ich fast sagen, diese wunderschöne Pumpe. Sag mal, das ist hier so topisch. Das ist schon ein Tier. Schau mal an, das ist richtig schwer und das ist kein billiger Asienschrott. Das ist schwer, das ist nicht in der Hand und schau mal, wie das verarbeitet ist. Das ist 100% Polyacetat, das ist kein Plastik. Ich liebe Polyacetat. Ich weiß. Das ist meine eigene Creme. Ach so. Das ist zum Vorbereiten der Lippe. Ach so. Mach mal dieses Mäulchen zu. Und das kommt, das ist beruhigend. Ich nehm das schon. Und ist schön moisturizing, sag ich immer moisturizing. Du, die Rostweilerhaut, die trinkt das förmlich. Das trinkt das förmlich auf. Die saugt die richtig auf. Und da kann man ganz schnell einen wunderschönen Schnabel draußen ziehen. Da kann man, guckdi-zuck, einfach einen wunderschönen Schmolm und draus zaubern. Und aus dem hässlichen Entlein einen wunderschönen Schwan. Wenn du zu einem Date fährst, vor einem Bewerbungsgespräch, in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, das ist so unauffällig. Oder, Juressica? Was sagt ihr dazu? Lasst mir einen kleinen Kommentar. Boah, bin ich schon mal jetzt total zufrieden. Ich würde sagen, Daumen hoch, oder? Ja, das ist ein Daumen hoch. Das passt vor allem, finde ich, auch schön. Das kann man in jede Handtasche reinmachen. Ja. Das kannst du mal mitnehmen. Du bist zum Beispiel kurz vor der Arbeit, denkst, das möchtest du nochmal machen. Pam, pam und los. Hier kann man es schon mal ungefähr erahnen. Hier würde ich sonst nachher die Lippenkontur nachmalen. Aber wir haben ja noch ein paar andere Beauty. Aber wir haben noch andere Beauty, okay. Zum Beispiel. Ah, ja. Und das ist nämlich, Juressica, auch ein ganz hochwertig gemachtes Produkt. Und das ist jetzt, um deine Lippen nachzumalen, benutze ich das immer sehr, sehr gerne. Das kannst du so nehmen, dass, wie ihr seht, das ist voll Gummi. Genau, halt, lasst du das drunter, falls du sabbern musst. Aber jetzt kommt nämlich mein kleiner Top-Tipp. Während du das im Mund hast, nehme ich den Stift, jetzt gut draufbeißen, ja. Komm, versuch, nichts mehr anzugraben. Jetzt versuche ich das schön, kannst du ein bisschen mal, ich muss einfach mal kurz, einfach mal kurz nachzumalen. Ach, das ist jetzt aber so, oder? Ja. Ja, im Quartier, ich hab nur. Ach so. Du, Laura, sollst du was sagen? Ich finde, es wird richtig Hollywood-mäßig. Ja. Oder? Lass uns das nochmal fertig machen. Komm mal raus. Komm mal raus in den Schildern. Ja. Oder? Das ist ein Look. Das ist superschön. Und jetzt, damit du es trocknen kannst, es sind am besten, finde ich, immer diese Lippen-Trockenspangen. Damit nichts an die Zähne kommt. Ach so. Und jetzt versuche ich, ja, ist doch klar. Weil du kennst das ja, wenn du dann auf einmal nach irgendwo hingehst, hast du auf einmal Lippenstift an den Zähnen. Und das versuche ich damit, kann man damit trocknen lassen. Ach, gehe ich denn damit auch auf die Veranstaltung? Würde ich erst mal. Das Problem, Raffi, dass ich, wenn ich auf Veranstaltungen bin, dann sagst du eher scheiße aus. Erstens das, und ich wurde dann trotzdem auch immer angewaggert. Ja, das seht ihr da noch nicht hier. Das ist super. Das, das seht ihr nicht. Das, das seht ihr nicht. Ach, die Haare noch. Ich höre, ich höre, ich höre die Haare. Ach so, stimmt. Ich höre meine Haare aufsetzen. Das saß da wieder, Linde, das dich lustig erlässt. Und ich schreibe dich auch eine ganz, ganz schöne neue Wache mit euch. Viel Schraß da nach Style. Aber ich will dann, ja? Ja, tschüss. Tschüss. Ich liebe dich ja. Also dich als Abonnent, in, Follower, in, wie ich dich auch immer nennen soll. Ich finde ja, ich habe die allertreuesten und auch allerschlauesten Fans im ganzen Internet. Und ich lese auch immer alle Kommentare auf YouTube. Und neulich fand ich diesen hier. Den fand ich total süß. Passt auf. Der ist von Fred, Just Fred. Und der schreibt, das Einzige, was mich als routinierten Attraktiv-Zuschauer etwas stört, ist der neue Sound-Effekt, den du zwischen zwei Beiträgen benutzt, wo der T-Rex-Fuß zu sehen ist. Dieser war in den vorherigen Staffeln ein anderer. Und das ist jetzt sehr verwirrend, wenn man immer einen anderen Sound erwartet. Vielleicht überlegst du ja nochmal, den mir zuliebe zu ändern. Erst dachte ich, am Arsch hängt der Hammer. Aber eigentlich, warum nicht? Also nur für dich ist der Zwischen-Bumper-Sound jetzt ein anderer. Aber andere Sanitär. Marie, schon sehr, sehr lange vermisst du deinen Bruder. Ihr wurdet im Kinderheim voneinander getrennt. Und durch den Schmerz bist du krank geworden, Marie. Du bist eine ganz kranke Person geworden. Du bist Kettenkauerin. Das ist eine ganz fürchterliche Geschichte eigentlich. Du musst immer kauen, immer kauen, kauen, kauen. Das ist ganz furchtbar. Und dein Arzt hat ja auch zu dir gesagt. Ja, das ist ja drei bis fünf Monate. Wenn ich nicht aufhören mit Kauern bin, wenn ich keine Lösung für ein Problem habe. Deswegen habe ich mich auch sofort auf die Suche nach deinem Bruder Mario gemacht. Danke, das ist eine großartige Geschichte. Du hattest mir gar keinen Anhaltspunkt gegeben. Nur hast du mir erzählt, dass er immer sehr gerne mit dem Barbie-Abenteuer-Boot gespielt hat. Und deswegen habe ich auf der ganzen Welt auf allen Schiffen gesucht. Ich habe auf der AIDA Cara gesucht, auf der AIDA Vita, auf der AIDA Aura, auf der AIDA Diva, auf der AIDA Bella, auf der AIDA Luna, auf der AIDA Blue. Und dann war ich auf der AIDA Soul und der AIDA Mar und auf der AIDA Stella und auf der AIDA Perla und auf der AIDA Prima und auf der AIDA Parker. Ich habe wirklich die ganze Welt nach deinem Bruder abgesucht, aber dort konnte ich ihn nicht finden. Aber dann habe ich nochmal auf Facebook, ich habe nochmal einen heißen Tipp erhalten. Und dann habe ich Mario für dich gefunden. Nein. Ich habe Mario gefunden. Sie hat Mario gefunden? Und ich habe dir vom anderen Ende der Welt eine Videonachricht von deinem Bruder Mario mitgebracht. Und dann habe ich mich auf der AIDA und auf der AIDA und auf der AIDA. das ist die dritte welt marie ich habe leider auch kein wort verstanden grenada ich war schon so lange nicht mehr auf grenada pink djinn beat war das da immer schön bei rafael ich werde noch einmal ich werde noch einmal ich werde noch einmal nach deinem bruder auf grenada suchen ja aber zuerst brauche ich von dir diese zwischenkosten abrechnung reisekosten telefonkosten weißt du wie teuer telefonieren auf der aida ist ich mache mich wieder auf die suche nach mario neulich flatterte da so eine einladung von rtl auf meinen schreibtisch es ging um das mitwirken in so einer großen samstagabend show ich habe mich erst mal gefreut die neue staffel unser tanztrainer war im stecken trifft auf unsere neue kandidatin jurassica parker sommer wollt ihr mich verarschen und das nächste mal bei let's dance ach gott so und das war es auch schon wieder von mir wir sehen uns nächsten dollars woche bis dahin bitte kommentiert dieses video teilt es vielleicht sogar auf jeden fall leiten sollte drin sein und dann sehen wir uns nächste woche wieder ich freue mich auf euch bis dann bei bis zum nächsten woche 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 bis